In diesem Video geht es um die besten Gimbals. Der Qualitätssieger in unserem Gimbal-Test geht an das DJI OM4. Im Nu ist dein Smartphone am DJI OM4 angeschlossen und du kannst perfekte Aufnahmen unterwegs genießen. Die magnetische Handyklemme und der Ringhalter ermöglichen eine schnelle und mühelose Aufnahme, wann immer du es für deine Inspiration benötigst. Nie wieder ein verwackeltes Video aufnehmen. Selbst mit einem externen Objektiv hält der Leistungsstärke-Motor des DJI OM4 dein Smartphone stabil und dein Video bleibt ruckelfrei. Innovative Funktionen wie Dynamic Zoom verwenden fortschrittliche Algorithmen, damit du sofort loslegen kannst. Probier den spektakulären Hitchcock-Effekt aus, eine kreative Zoom-Aufnahme, die mit minimalem Aufwand ein Erlebnis wie aus Hollywood vermittelt. Mit der Gestensteuerung kannst du mit OM4 ganz einfach ein Selfie oder ein Gruppenfoto aufnehmen. Noch nie war es so einfach und bequem ein Foto oder ein Video aufzunehmen. Es war noch nie so einfach ein Motive zu verfolgen. Diese neue Version erkennt Erwachsene, Kinder und Haustiere noch besser und genauer. Mit dem Steuerknüppel kannst du deine Bildkomposition auch optimieren. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das hohe Gimbal. Diese Technologie kann die Situation von verwackelten Bildern erheblich verbessern. Egal, ob sie gehen oder laufen, sie können immer klare und stabile Bilder und Videos mit diesem Smartphone-Gimbal erhalten. Hohen Smartphone-Gimbal-Sportmodus ermöglicht Ihnen unglaublich flüssige und wackelfreie Aufnahmen, wenn Sie schnell Treppen hoch- und runterrennen, im freien Radeln oder auf unwegsamen Gelände unterwegs sind. Das Handy-Gimbal verfügt über viele Modus-Schwenkfolgemodus, Sperrmodus, Schwenk- und Neigungsfolgemodus und PhoneGo und so weiter. Es sind noch noch vertikale Funktionen erhalten. Hohen Smartphone-Gimbal-Stabilisator ist mit eingebauter 3600 mAh Akku, der eine Standby-Zeit von 12 Stunden und eine Betriebszeit von 5 bis 6 Stunden ermöglicht. Hohen Smartphone-Gimbal hat eine maximale Belastbarkeit von 280 Gramm und ist kompatibel mit Handys, die zwischen 55 und 89 mm breit und weniger als 8,4 mm dick sind. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Gimbal-Test ist das Cilion Smooth 4. Steuern Sie alle Parameter der Telefonkamera auf Cilion Smooth 4, einschließlich Auflösungsverhältnis, Belichtungskorrektur und ISO. Drücken Sie die Follow-Focus-Taste, drehen Sie das einzigartige Follow-Focus-Handrad, können Sie in Echtzeit manuell und stufenlos vergrößern-verkleinern, um mehr verschiedene Bilder zu erstellen. Smooth 4 verfolgt sowohl das menschliche Gesicht als auch Objekte. Es kann auch erweiterte Funktionen wie Freestyle-Zeitraffer, Timmelapse, Motionlapse, Hyperlapse und Slowmotion unter unbegrenzten Drehwinkeln realisieren. Smooth 4 bietet vier Tasten für Sperrmodus, Schwenkfolgemodus, Neigungsfolgemodus, Schwenk- und Neigungsfolgemodus und PhoneGo-Modus. Der PhoneGo-Modus reagiert auf jede Bewegung ohne Verzögerung und ermöglicht einen sofortigen Szenenwechsel. Ohne zusätzliche Stromversorgung kann Smooth 4 bis 12 Stunden hintereinander laufen. Wenn der Akku niedrig ist, können Sie Smooth 4 mit einer tragbaren Powerbank versorgen, um die Laufzeit zu verlängern. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.